Herzlich Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge überzeugt, den one and only und zwar eine Runde Cities Skylines So, gucken wir mal da so Ja, aber Ihr solltet doch eigentlich noch gar nicht So, dann machen wir das mal so Hier kommt Dortweg Dafür kommen jetzt hier Wohnungen rein Und hier Wohnungen rein Zwei Felder, dafür Schmeißt ich euch dort raus Gut Nein Nein Eine Kurve hätte ich ganz gerne Nein Hm? Der muss weg, nochmal. Jaaa. Ist es zu weit? Ich bin hier oben ein Stückchen zu nah dran. Das passt. So, pass auf, ich schließe euch jetzt erstmal damit an. Und ihr bekommt hier nochmal Gewerbeflächen hin. Zack. Ja, das ist klar, das ist klar. So, neues Wohngebiet. Und diese ganze Geschichte hier ist natürlich auch bedeutend, bedeutend größer. Und wir haben dort ein Gewerbegebiet, das heißt... Hier verschwindet hier. So. Gut, das ist natürlich die Bushaltestelle auch. Dann kriege ich die jetzt doch nicht weg. Oder was? Doof gelaufen. Linie 3 geht raus. Vorläufig. So. Geld ist da. So. 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 Da. So. 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 So, dann könnten wir jetzt hier vorne die nächsten 90 grad geschichte wissen voraus jetzt der strom würde nicht im weg sein sechstausend ach komm machen wir weg so die arztpraxis verschieben wir die feuerwache verschieben wir grundschule weg polizeiwache weg schöner Hilfenbogenpark nach dahin und ich denke mal dass sich das jetzt von der attraktivität hier sehr gut ausgeht genau was ist alles so groß was soll die attraktivität jetzt hier do und ich glaube wir brauchen dort noch mal ein bisschen die industrie ist komplett verlassen mal ein bisschen langsamer die die arbeiten haben zu wenig haben zu viel müll und ich glaube die verschmutzung die sind alle voll und du kannst jetzt wieder in normalbetrieb gehen die 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 erst mal hier an und aber da kommen wir haben halt einen gigantischen bedarf an wohngebieten weg 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 Darf ich anschließen? Das passt leider auch nicht ganz. Das passt auch nicht ganz. Wir gehen mal daran. Ja, ich weiß doch, ich weiß doch. Ich weiß doch, ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht. Das hier ist auf jeden Fall für unsere Leute zum Einkaufen. Und da dürft ihr ran. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir haben nicht genügend Arbeiter. Los, Zuzug. Ich habe nicht genügend Arbeiter. Ich habe nicht genügend Arbeiter. Ich habe nicht genügend Arbeiter. Es war freundlich Arbeiter. Ich habe nicht genügend Arbeiter. Ja, guck mal. Wir haben jetzt. Wir haben jetzt dort... Die haben halt ja keine Arbeiter. Äh, warte mal. Bildung. Ist in Ordnung. Bürgerzufriedenheit. Bevölkerung. 7000... 7000... Wir haben sehr, sehr wenig Union, sehr viele Erwachsene. Wir haben 5% Arbeitslosigkeit. 5% Arbeitslosigkeit, aber wir haben 5000 offene Stellen. 7000... Wow! Der Bus kommt da rein. 7000... 7000... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, die neue Linie ist da. Ah, ein knalligen Rot haben wir schon. Blau haben wir auch schon. Oh, ein schönes, hässliches Grün. Dann könnt ihr mich von dort aus hierhin fahren und ihr könnt dann hier endlich bald wieder anfangen zu arbeiten. So, Gebäude wachsen. Und warum parkt ihr hier? Und mit der Errungenschaft würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn mich freuen wir, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch das nächste Mal.